Kann Bitcoin eigentlich gehackt werden? Kann extern auf die Blockchain zugegriffen werden oder können Wallets, die richtig gesichert werden, geknackt werden? Also könnte man irgendwie den Bitcoin knacken und ihn dann abschalten beispielsweise? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Philipp. Wir haben jetzt in der Vergangenheit oft jetzt in den letzten zwei, drei Wochen Wallets gehabt, die teilweise zwölf Jahre lang inaktiv waren, die jetzt aber plötzlich, also zwölf Jahre keine Transaktion, einmal Bitcoin gekauft, keine Transaktion, jetzt plötzlich aufgewacht sind und jetzt ihre Bitcoins verkaufen mit Hunderten von Millionen, wo dann am Anfang vielleicht 20.000 Euro reingesteckt wurden. Und da ist dann die Frage, wie kann das sein? Weil ich sage dir ehrlich, jemand, der für 20.000 Euro Bitcoins kauft und am Ende sind die Bitcoin 200 Millionen wert, der wird doch nicht zwölf Jahre warten und nicht bei 100 Millionen schon verkaufen. Weißt du, wenn der Zugriff hat, dann wird er auch bei 10 Millionen, bei 5, vielleicht sogar, wenn er seine 20.000 verdoppelt hat, bei 40.000 schon verkaufen. Es gibt dieses Konzept nicht, dass jemand das einfach durchhält, vor allem, wenn der Bitcoin zwischendurch drei, vier Mal über Jahre hinweg 90, 80 Prozent runtergefallen ist. Das sind dann Wallets, die entweder verloren gegangen sind oder vielleicht sogar gehackt wurden. Und da ist dann die Frage, wie wurden diese Wallets gehackt? Kann das überhaupt sein, dass sie gehackt wurden? Und was wurde da gehackt? Und deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal damit anfangen. Wie ist denn der Bitcoin verschlüsselt? Hast du da schon was zu gehört? Ja, natürlich. Also was meine externe Wallet angeht, beispielsweise ist ja das Prinzip der verschiedensten Worte, die man eingeben muss. Also je nachdem, welche externe Wallet man nutzt. Und dadurch gibt es ja schon quasi mehrere Milliarden Wort- und Buchstabenkombinationen, die möglich sind. Aber fühle mich da gerne mal ein. Ja, du springst da ein bisschen vielleicht zu weit. Also erstmal ganz simpel gesagt, Bitcoin benutzt einen kryptografischen Verschlüsselungsalgorithmus, der sich SHA-256 nennt. Und Secure-Hash-Algorithmus, deswegen SHA-SHA-256 wegen 256. Nicht wie der SHA von Persien. Nee. Okay. Und mithilfe dieses Algorithmus gibt es bei jeder Transaktion, bei jedem Wallet einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Das, was du gerade erwähnt hast, ist dieser Private Key, mit dem man das Passwort quasi zum Wallet, wo du dann Zugriff auf dein Geld hast. Und der ist abgesichert mit diesem Verschlüsselungsalgorithmus. Und das ist unglaublich schwierig zu knacken. Wie knackt man Passwörter? Mithilfe einer sogenannten Brute-Force-Attacke. Das heißt, man probiert ganz simpel gesagt alle Möglichkeiten einmal durch. Mithilfe eines Computers, der das ganz schnell automatisch läuft. Und um eben Zugriff auf einen Wallet, auf einen Bitcoin-Wallet zu kriegen und Zugriff auf das Geld zu kriegen, müsste man die Verschlüsselung knacken. Das heißt, man müsste diesen Private Key, das Passwort, irgendwie erraten, mithilfe von einem Computer, der alle möglichen Kombinationen durchlaufen lässt. So. Und da kommt jetzt das Interessante dabei rum und da habe ich einen interessanten Vergleich bei meiner Recherche gefunden. Aktueller Stand, der stärkste Computer der Welt, ist der sogenannte Fugaku-Supercomputer aus Japan. Der hat ungefähr eine Milliarde Dollar gekostet und hat 442 Petaflops. Also das ist auf jeden Fall Milliarden mal Leistungsstärke als alles, was wir so liegen haben. Und selbst mit diesem Supercomputer, wenn man sich diesen Computer kaufen könnte, wenn der in unserem Budget liegen würde, man würde sagen, ich gebe jetzt eine Milliarde aus und will Bitcoin-Wallets irgendwie knacken. Dann würde es über eine Milliarde Jahre dauern, um diesen Algorithmus zu knacken. Das heißt, man könnte natürlich einen Glücksgriff haben irgendwo und dann hat man ein Wallet, was leer ist, aber ein spezifisches Wallet zu targetieren, auf der Blockchain zu schauen, okay, der hat viel Geld auf seinem Wallet und ich versuche das jetzt zu knacken, würde selbst mit dem teuersten und besten Computer der Welt über eine Milliarde Jahre dauern. Damit können wir eigentlich das Video jetzt gleich beenden. Du hast die Frage sehr gut beantwortet. Es ist also no chance mehr oder weniger. Denn ich habe auch mal vor ein paar Monaten ein Interview gesehen, ich glaube, das kam auf Dreisat oder Arte oder sowas, von einem deutschen Programmierer. Der lebte in San Francisco und der sagte, der hat ein Interview gegeben und sagte irgendwie, sein Wallet wäre jetzt zum damaligen Zeitpunkt irgendwie 270 Millionen an Wert, Dollar. Und er sagte, er hätte quasi, er hätte alles versucht und er hätte genügend IT-Wissen, dass er sagen könnte, es ist unmöglich, das zu knacken, er kommt nie wieder daran und er hätte sogar schon das quasi wie ein nach außen stehendes Angebot gegeben an alle Hackergruppen der Welt und hat gesagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens ab, wenn dir der Lage wäre, auf meine Wallet zuzugreifen und da kam keine Resonanz. Sie haben alle gesagt, no chance. Genau, aber jetzt ist halt die Frage, gut, wenn die Verschlüsselung nicht knackbar ist, wenn man jetzt mitgedacht hat, kann man sich schon erdenken, wie dann potenziell Wallet-Hacks entstehen, weil dieser Schlüssel, der dann Zugriff zu deinem Wallet gibt, das ist wie ein Schlüssel zu einem Tresor, der liegt ja auf deinem Computer, zumindest im Cage, also das, was der temporäre Speicher ist, wenn du darauf zugreifst, der liegt ja in deinem Computer irgendwo. Das heißt, wenn dein Computer eine Schwachstelle hat, wenn ein Hacker-Software auf deinen Computer kommt, dein Wallet ist auf deinem Computer, du hast kein Hardware-Wallet, diese kleinen Ledger-Sticks oder andere Hardware-Wallets, sondern du hast ein Software-Wallet auf deinem Computer, das nennt man deswegen auch ein heißes Wallet, ein Hot-Wallet. Warum? Weil theoretisch Programme, die ja auch Zugriff auf deinen Computer haben, sich die gleiche Datenlandschaft teilen und theoretisch, wenn es Hacker-Programme sind, Zugriff kriegen könnten durch Schwachstellen in deinem Computer oder in der Wallet-Software. Es gibt ja viele verschiedene Wallet-Anbieter. Wenn plötzlich ein Wallet-Anbieter eine Schwachstelle in seiner Software hat und du hast eine Hot-Wallet, also eine Software-Wallet auf deinem Laptop oder auf deinem Handy, dann kann es natürlich sein, dass ein Hacker, wenn er Zugriff auf deinen Computer oder auf dein Handy kriegt, in der Lage ist, potenziell deinen Schlüssel, deinen privaten Schlüssel, der dort irgendwo gespeichert ist, zu entwenden. Oder ein anderes Beispiel, du hast dein Private-Key in deiner Notizen-App stehen oder in einem Passwort-Manager, es wurden ja letztens Passwort-Manager gehackt, weil eine Schwachstelle in dieser App stattfand, dann kann jemand so Zugriff auf dein Wallet kriegen und dann wird man die Schlagzeile sehen, 100 Millionen Dollar Bitcoin-Wallet gehackt, aber Bitcoin-Technologie und Bitcoin-Infrastruktur wurden nicht gehackt, sie sind nicht hackbar, nur alles drumherum, das, was man sich drumherum aufbaut, das wurde gehackt. Sprich, wenn du einen Safe hast und der steht irgendwo in einem Haus, dann hat jemand Zugriff bekommen auf dein Haus, hat dort dann den Schlüssel gefunden und hat so Zugriff auf dein Safe bekommen, auch wenn dieser Safe bombensicher ist. Und wie steht es um Mobiltelefone, denn viele Leute haben ja beispielsweise auch eine Hot-Wallet über ihr Smartphone und greifen da beispielsweise mit Gesichtserkennung drauf zu. Also pass auf Philipp, unabhängig jetzt davon, wir wissen ja alle, was mit FTX passiert ist, der größte Betrug jemals, Gelder geklaut von Nutzern, die es auf dieser Börse gehalten haben. Eine Hot-Wallet auf dem Smartphone mit viel Geld ist genauso unsicher oder vielleicht sogar noch unsicherer sogar als eine Wechselbörse wie FTX. Warum? Weil es gibt fast jeden Tag, naja, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber fast alle paar Monate sogenannte Zero-Day-Exploits, das heißt Zugriffsmöglichkeiten auf deine Geräte, von denen Apple noch gar nichts weiß. Und die dann irgendwann gepatcht werden, weil die dann davon wissen, aber bis dahin theoretisch, wenn es jemand auf dich abgesehen hat, wenn du eine E-Mail kriegst, da kann es dann verschiedene Arten von Zero-Day-Exploits geben. Manchmal musst du die E-Mail gar nicht öffnen, manchmal muss die einfach nur geladen werden von deinem Handy, automatisch im Hintergrund. Manchmal kriegst du eine SMS und musst die gar nicht öffnen. Da gab es schon solche Exploits und da konnten schon Personen Zugriff auf dein Handy kriegen. Wie gesagt, Hot Wallets, sprich Wallets, die sich auf deinen Geräten befinden, wo der private Schlüssel auf deinem Gerät in irgendeiner Form gespeichert werden muss, wie beispielsweise das Laptop, iPhone, nicht sicher. Da ist tatsächlich dann eine Börse, solange die Börse nicht dein Geld klaut, in diesem kurzen Moment sicherer, weil die Börse hat grundsätzlich und sollte eigentlich grundsätzlich ein besseres Sicherheitsnetzwerk haben, als du privat bei deiner Hot Wallet. Plus, wenn die Börse einen Fehler macht oder gehackt wird oder in kleinerem Ausmaß gehackt wird, natürlich dann ist erstmal das Geld weg, aber die Börse ist dann nochmal eine Instanz, wie beispielsweise eine Bank, die dir dann Sicherheit gibt. Nichtsdestotrotz würde ich auf keiner Börse irgendwie Bitcoins liegen lassen, um sie zu verwahren, sondern würde das selber machen mit Hilfe eines Hardware Wallets, beziehungsweise du nimmst dann Zugriff auf dieses Hardware Wallet mit deiner Software aus, aber du hast keinen Zugriff auf den privaten Schlüssel. Der befindet sich nur darauf und den privaten Schlüssel, den würde ich diese Wörter, von denen du erzählt hast, den würde ich nur auf Papier aufschreiben und dann irgendwo ganz sicher verwahren oder vielleicht auch hier oben verwahren, wenn man in der Lage ist.